Hallo alle miteinander, wie geht's, wie steht's und ich heiße euch alle herzlich willkommen zu einem lustigen und seltsamen Spiel, nämlich Goat Simulator. Ja, ein sehr, sehr ziemlich älteres Spiel, aber ein Simulator-Spiel, wie es das Name schon sagt, ein Siegel-Simulator. Das Spiel soll sehr lustig sein und wir schauen uns mal an und ich guck gerade mal, wenn wir auf Spiel klicken, können wir hier verschiedene Maps auswählen, quasi Karten, auf denen wir spielen können. Ähm, wir können Jetpack aktivieren, wir können italienischen Skins für unsere Ziege benutzen. Ich würd sagen, wir spielen erstmal so und gucken mal, was passiert. Loading. Ist late. Ah, mit Kuh können wir wegdrollen, mit... Okay, wir sind eine Ziege. Wupsala, okay, mit nichts klicken wir irgendwelche Sachen zu machen. Beide Ziege! Beide Ziege! Weeeeee! Okay, das ist ja... Das ist ja eigentlich... Scheiße, das sieht ja schon ganz... Ah, wir können Punkten sammeln. Das sieht ja schon mal ganz cool aus. Können wir da hoch? Ich will da hoch. Ja, selbst! Warte! Warte, das kriegen wir hin! Warte, ich kann das Spiel immer ein bisschen leiser machen. Ne. So. Geh weg! Oh! Was ist das? Ah! Eins von dreißig. Okay, wir können also die Statuen sammeln. Ich will da hoch. Ich will da vorsichtig hoch, Leute. Ich will der König der Welt sein! Oh, wir können aber ein. Huch! Wo sind wir? Lol! Heilige Scheiße! Oh! Na, guck mal da an! Genau, so ist richtig! Verbeugt euch von mir! Ah! Wir sind der dunkle Herrscher der Ziegen! Können wir da auf den Thron streiten? Hier drauf! Weeeeee! Ha 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 ha! Wir sind... Goats, Freunde! Goal-Tron! Der Völkerverein gestaltet! Ziegenkönig! Cool! Coole Sache! Ach, Mann, das Spiel ist echt cool! Ach, ich bin eh kümuliert! Komm mit! Folge mir, mein treuer Einhänger! Komm mit! Ah! Komm her! Folge mir, mein Freund! Komm, wir sind beste Freunde für ever! Komm! Komm, mein Freund! Beste Freunde für immer! Komm, folge mir! Oh! Nö, jetzt will ich nicht mehr! Geh weg! Was haben wir da? Oh, Entschuldigung! Oh! Oh! Upsala! Oh, Basketball! Wiii! Basketball spielen! Wiii! 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 Machen wir alles kaputt! Ja! Scheiß Wohnung hier! Ich muss ja für Mieter melden, dass meine Wohnung nicht ordentlich ist! Es ist so, ich bin wieder! Was willst du, Alter? Haha! Hahahaha! Alta! Was zum Teufel! Alta! Was zum Teufel! Ja! Rennst! Du was! Rennst! Hahaha! Alta! Wie geil! Kann ich mich wieder fangen? Ach Leute! Guck mal, wir haben so einen Schild auf dem Kopf jetzt! Weil wir den voll Erfolg für den Freundschlern haben! Geh raus, sieh! Das ist mein Haus! Ah! I'm having a thought something! Meine Arbeit ist getan! Oh! Hier geht's noch hoch! Das müssen wir auch noch haben! Ups! Das geht nicht! Eine Scheiße hier! Kann man schlafen? Wiii! 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 Wir hübsen so runter und runter! Was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das hier? Ups! Wir nehmen das Bild jetzt mit! Ich bin das Bild hübsch! Komm, Bild! Ach, ne, 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 ne! Alter! Mann! Nicht mehr aufräumen könnt ihr Leute hier! Hahaha! Alter! Das Spiel ist geil, Leute! Huh! Warte, du Scheiße! Geil, du Scheiße! Jetzt krieg ich das nicht mehr weg! Geh weg! So, wir schauen uns mal den hier auf mir an. Arschloch! Ah, meine Fresse! Erholungssteller freigeschaltet. Passant! Oh, okay, wir haben wieder einen Erfolg. Ich werde versuchen, alle möglichen Erfolge zu sammeln. Oh, eine Badezimmer. Irgendwas gibt es? Oh, doch, doch, das ist gescheitend. Komm her! So, wir sollten mal das Haus wechseln. Das Haus ist mir zu ungemütlich. Geh weg! Ah, ich komme nicht durch! Mensch, Leute! Upps! Wee! Wee! Oh, cool, wir können ja Luft uns drehen. Das ist auch ganz cool. Ah, ich stehe auf. Ey, cool, ein Trampolin! das funktioniert echt geil jetzt drehen wir uns einmal ein kreis und einmal so und ein kreuz und wir gehen auf die straße in der tige upsala entschuldigung okay das war ich nicht warte ich will mitfahren warte warte auf mich ich will dein freund sein komm ich nenne dich jetzt schauen schauen wir sind beste freunde fürs leben komm mit komm schon komm wir schauen jetzt ein bisschen die autos an komm mein freund aua okay gut und ne party ohne mich party time warum bejubelt er mich nicht kann jeder von dem ziehenkönig zieht alleine ihre braunis kommen streiken zieht alleine alter was wollte er kommt er da auf mein zeichen alle singen doch die wollte ich singe erste echt schlechtes publikum oh mein gott ein pinkes auto das darf ich nicht zulassen auch nach einer party party okay was gibt es hier schon aber ich werde ich war ich war aber ich glaube ich bin leider das ist gerade ein ich werde schon wieder aber ich kann es nicht abrollen muss ich mich Ich versuche mich zu bewegen. Oh Fleisch, ich habe Fleisch, komm her! Ich habe Fleisch, ich habe Fleisch. Ich habe Fleisch, das Ding, oder? Oh, Feuerwerk! Wir fliegen! Oh, heilige Scheiße! Wir fliegen! Ja, Time Easy! Ey Leute, das Spiel ist richtig genial! Kann man voll viel Scheiße bauen! Weeeeee! Wir leiden irgendwo und irgendwo! So, wir schauen uns mal hier bis oben! Wir laufen hier mal durch die Felder hier! Lick Bacon? Alter, stell auf! Was ist das? Ich bin aus wie ein Ufo! Ach, ist ein Becken dran! Komm her! Gib mir die Becken! Nein, du sollst nicht rollen! Gib mir die Becken! Können wir nicht! Nein, okay! Da ist einer! Ey! Ich will dein Freund sein! Komm zu mir! Oh, Entschuldigung! Tut mir leid! Tut mir leid! Was ist das? Ein großer Mädchen, oder? Sehleide! Ey! Wollen wir tauschen? Du kriegst das Auto! Ich hab wirklich das! Komm her! Wir können ja auch! Ich glaub das! Ah! Das ist ne Statue! Ich hab mir so ne Statue! Zwei von dreißig! Oh! Okay! Vielleicht finden wir noch ein paar von denen! Was passiert wohl, wenn ich da reinlaufe? Wie wohl sein kannst! Huiiii! Mangel! Huiiii! Huuu! Boah! Boah! Easy! Okay! Michael Bay steht da oben rechts! You know what to do! Hm, ne, ich weiß nicht was ich zu tun habe! Oh, in der Tankstelle! Oh, in der Tankstelle! Das ist doch toll! Oh, Autoschrot! Oh, tut mir leid! Warte! Ich muss das Auto geschlagen haben! Wer ist aber da? Aua! 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 Mein Kopf! Aua! 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 Mein Kopf! Aua! Ah! Michael Bay! Alles klar! Das war's! Okay! Uh! Huuu! Ich glaub! Nee! Nö! Ich war das nicht! Ich war das nicht! So, eine zu nur und ich mache hier! So wie sich dein Ziege gehört! Ey, Mädel! Ich will! Äh! Hier, Mädel! Ich möchte einmal! Ich möchte einmal! Ich möchte einmal! Wo ist meine Cola hin? Meine Cola ist weg! Egal! Komm her! Nimm mir die her! Warum rennen sie dann? Ey, Mädel! Hier! Ich will diese Cola haben! Sorry! So, jetzt hab ich alles im Mund! Ich will die Cola haben! Los! Gib sie mir! Ich hab allerdings kein Geld zum Bezahlen! Ach! Weißt du was? Komm! Puss dich! Au! Was ist denn? Wir nehmen die... Nein! Ich will die Cola! Oh, nee! Weißt du was? Wir nehmen uns ein paar Chips mit! So! Wir nehmen uns ein paar Chips mit! Au! Wir rüber! Wir nehmen uns ein paar Chips mit! So! Lecker Chips sind immer gut! Oh! Ich muss an der Bauchstelle zeigen! Oh! 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 Das ist ja leider! Komm her! Oh! Nein! Die Chips nicht mehr mit! Ja! Wir nehmen die Chips mit! Und gehen da hoch! Alter! Wie das mit dem Kopf aussieht! Das ist unnormal, Leute! Das ist richtig unnormal! Alter! Ja! Mit Siege, Alter! What the fuck! Krüte ab, Alter! Dann! Chips! Jetzt haben wir so eine Chips verloren! Toll! Die krieg ich nie wieder! Die gibt's nur einmal auf der Welt! Was können wir hier oben machen? Ah, wir können noch höher! Warte! Warte! Dann sind wir so ganz vorsichtig! Wir gehen mal ganz vorsichtig hier rum! Dann gehen wir wieder hoch! Dann gehen wir wieder hoch! Der Kopf wackelt wieder! Wuiiii! Was haben wir hier oben? Was? Guck mal! Da sitzt jemand! Manu hat aber nicht schön ausgespricht! Ah! Nein, Jason! Nein! Und das ist ein Container! Kommt mir da irgendwie auf? Ich will da auf'n Container rauf! Ich will da auf'n Container rauf! LEVOL JUNKINS! Fuck the Police! Was ist hier? Ah, komm mal kaputt an! Wir schauen jetzt hier bis noch! Steh auf! Das nehmen wir jetzt mit! Was auch immer das ist! Wir nehmen jetzt mit! Nehmen jetzt mit! Was hat das denn mit? Kann ich dir nicht wissen? So! Das heißt aber sonst kann ich nicht sprechen, wenn ich jetzt die Mauer habe! Upsal! Komm mal auf die Kisten rauf! Ah! Nein, ich will auf die Kisten rauf! Ah! Lass mich doch mal durch, ja! Wir machen alles kaputt! Wie immer! Ah! Oh, was ist das? Noll! Ah! Wuiiii! Oh Mann! Die Kisten sind weg! Runter mit euch! Scheiß Kisten! Runter! Runter! Oh! Die Kisten stürmen wir nicht mehr am Rutschen! Wuiiii! Und wir rutschen! Wir sind das Skater-Goat! Skater-Ziegel! Oh nein! Das ist voll langweilig hier der Laden! Scheiß Kaffir! Ja! Ich habe ein bisschen... Ich komme hier raus! Wuiiii! So kommen wir raus! Juhu! Ja! Oh, was ist das? Ein Auto, wenn ich? Ey, Kumpel! Ey, Kumpel! I-Pil! Auch nicht bei, hier bin ich! Ich will anhalten! Ey, du Arsch! Ey! Ich will.. Hallo! Ich will das Auto nicht zerstören! Hey! Mal kommen wir uns ja nicht... Nein, böser Mensch! Böser Mensch! Böser Mensch! Böser Mensch! Börses Auto. Oh, das ist die Figur. Jetzt haben wir zu 33. Oh, guck mal, der brennt sogar. Warte, ich helfe dir. Jason. Nein. Nein, nein, nein. Die habe ich nicht mehr genannt. Sean. Sean. Ach, ja, Sean. Ich habe es dir auch gesehen. Komm, mein Freund. Erlebe Abenteuer. Zusammen. Als beste Freunde. Zusammen. Noch so ein scheiß streitiger Fuzzi. Sean, warte. Sean, bleib da stehen. Ey, du Wüchsler. Sean, komm mit mir. Sean. Das sieht gar nicht gut aus. Folge mir, Sean. Mein bester Freund. Ach, was, ein schöner Tag zusammen. Guck mal, der ist extra der Wollt. Logmeister. Okay, erfolgefreigeschaltet. Da ist die Figur. Woopsela, Entschuldigung. Ich wollte das durchfangen. Hä, was ist das? Star-Time-Tree. Do you wish Star-Time-Tree? Wollt er das rein? Ach, probieren wir mal aus. So, wie können wir das machen? Oh, ich hab besser gesagt. Was müssen wir denn jetzt machen? Jetzt müssen wir Punkte sammeln. Mal. Wohin, der. Danke, Lado. We've got it. Party. Lass mich fliegen. Wee. Wir fliegen. Wee. Alter, wo fliegen wir ganz hin? Sind wir gerade fast außerhalb der Map geflogen? Oh, guck mal. Da, was ist da denn? Gate of Sacrifice. Haha, ich bin das reine Böse. Haha, ich bin die Böse. Teufelsziege der Ziegenhölle. Irgendwas. Neun Sekunden noch. Nein, das kann ich trocken. Brauchen wir Punkte. Dann muss ich hoch. Nein, die Zeit ist da oben. Dann muss ich umkicken. Wee. Time-Tree will endet. Okay. Okay. Wee. Ich kann fliegen. Nicht. Ich will ja nichts sagen, aber das Spiel ist echt mega genial. Und total lustig. Und total crazy. Also, es ist echt... Wee. Boing. Ein Swimmingpool. Warte, wir müssen vom Turm springen. Nein, das geht noch höher. Das geht noch höher. Noch höher. Das geht immer höher. Oh, das ist noch eine Startung. Was sieht das? Hui. Und jetzt darfst du Tramponieren. Ah. Oh, mein Gott. Hui. Wir können rutschen. Boing. Boing. Ich muss versuchen zu steuern, sodass wir immer höher hüpfen. Mal gucken, wie hoch ich komme, Leute. Boing. Und boing. Boing. Nein, schon in die Mitte. Schon in die Mitte. Boing. Boing. Oh. Komm. Nein. Komm. Oh, Leute. Komm. Nein. Ja, ja. Komm. Noch höher. Komm. Obwohl, ich glaube, noch höher geht es nicht mehr. Ich versuche mal zu drehen. Hui. Kein' nichts geholfen. Wo ist John hin? Ach, den können wir auch hüpfen. Oh. Wir müssen ja auch. Geh rüber, runter. Schwimm ein bisschen. Was haben wir hier? Oh. Trinken. Oh. Entschuldigung. Entschuldigung. Verzeihung. Entschuldigung. Entschuldigung. Da, 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 da. Hui. Alter. Hit by the truck. Hui. Warte mal kurz. Ich habe ja vorhin noch was gesehen. Warte mal kurz. Da. Da. Da ist es. Alter. Das ist fast her. Ups. Da. Das nehmen wir mal mit. Wir fangen jetzt rüber. Äh, äh, rüber. Wisst ihr, wo, wo die meint? Aua. Da, wo das andere Teil war. Böööö, das Auto. Da. Ne. kann ich nicht irgendwie da aufsetzen jetzt? äh wo ist das Ding jetzt hin? damit ich es weggekriegt? oh scheiße ok keine ahnung ach guck mal wir können kämpfen ok 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 round 2 alter round 3 pisse ich round 4 oh heilige scheiße ist ja heftig nein das lasse ich mir nicht bieten das lasse ich mir nicht bieten pisse ich ehrung schafft frei aaaaaaaaaa ehrung schafft frei geschaltet alexander irgendwas alter so du bist mein neuer bester freund yay oh ne warte pisse ich ich hasse dich wiiiiiii verfügen wiiiiiii nein da container wiiiiiii oh my god ok ah perfekt aufm dachkader können wir von hier warte mal ein Versuch star ich noch ich kann mir so auf den ne ich glaub das ist i believe i can fly i believe i can fly ok ne leute ok ich würde aber erstmal sagen heiliger scheiße sind wir gut durch trainiert nein das kommt wahrscheinlich mit dem kampf hin alter unsere muskel leute alter alter ach mensch michael baiiii mensch michael baiiii huiiiiiii so leute ich würde aber sagen ich beende erstmal diesen part hier von goat simulator es ist echt ein lustiges spiel und ich werde auch weitere parts davon machen weil es einfach mega cool ist und wir werden auch die anderen module benutzen wir können ja noch win wir können ja nein main menu ja wir gehen mal kurz ins main menu wir können ja auch andere dinger nehmen also andere verkleidung und sowas die werden wir auch in den nächsten parts ausprobieren und bis dahin leute würde ich sagen sehen wir uns das nächste mal bei let's play goat simulator euer yoshi gamer bis zum nächsten mal ciao ciao yoshi